Trainer Rochade in der Bundesliga? Roger Schmidt wird zur kommenden Saison Trainer von Bayer 04 Leverkusen. Der 47-Jährige löst dann Interimstrainer Sascha Lewandowski ab. Auch Eintracht Frankfurt buhlte bis zuletzt um Schmidt, zog im Rennen gegen Leverkusen letztendlich aber den Kürzeren. Jetzt scheinen die Hessen bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Armin Fee ein Auge auf Sascha Lewandowski geworfen zu haben. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, bemüht sich die Eintracht um die Dienste des 42-Jährigen. Lewandowski betonte aber bereits nach dem Aus von Sami Hyppie, dass er nur bis Saisonende als Bundesliga-Trainer arbeiten und anschließend wieder in den Nachwuchsbereich von Bayer zurückkehren wolle. Allzu viel Hoffnung dürfen sich die Frankfurter also wohl nicht machen.